Willkommen zu einem weiteren Tipps zum Event-Start-Video von mir. Dieses Mal soll es um das neue Event gehen, was es anlässlich zum 10. Jahrestag von ForgeUp Empires geben wird. Da das Event auf dem Beta-Server bereits beendet ist, stütze ich mich hier auf die offizielle Ankündigung des Events auf dem Beta-Server und verwende Bilder daraus zur Erklärung. Neben der Event-Quest-Line, die es immer gibt und wo ihr auch bei diesem Mal Quests erfüllen könnt, um die Event-Währung zu bekommen, gibt es ein neues Spielbrett, das ihr hier auf dem Bild seht. Was direkt ins Auge fällt, ist, dass es zwei Würfel gibt auf dem Spielbrett, einen goldenen und einen normalen. Ein Wurf mit dem normalen Würfel wird euch je 100 Papiergeld kosten. Papiergeld ist die neue Event-Währung, die ihr sparen müsst, um über das Spielbrett zu ziehen und den goldenen Würfel, bei dem ihr die Augenzahl selbst bestimmen könnt, die ihr erwürfeln wollt. Auf dem Spielbrett selbst gibt es in den vier Ecken spezielle Felder, die noch einmal spezielle Preise für euch bieten. Oben rechts findet ihr beispielsweise den goldenen Würfel, alternativ findet ihr auch hier 425 Papiergeld. Unten rechts seht ihr einen Pfeil nach oben, bei diesem bekommt ihr für 5 Stunden 5% höhere Chancen, den Tagespreis zu bekommen. Unten links findet ihr das Geschenk, in dem ihr zwei spezielle neue Gebäude finden könnt, die ihr auf Stufe 2 ausbauen könnt, den König und die Königin. Sie sind gut, aber nicht so gut wie andere Gebäude, auf die ich ein bisschen näher eingehen werde. Oben in der linken Ecke findet ihr die Startposition und jedes Mal, wenn ihr dieses Feld nach dem Umqueren des Spielfeldes überschreitet, bekommt ihr den großen Preis, der euch gerade angezeigt wird. In diesem Fall wäre es jetzt die goldene Orrery oder wie auch immer dieses Gebäude nach der Übersetzung heißen wird. Der lohnenswerteste Tagespreis im Event ist wahrscheinlich die Stage of Ages, die Bühne der Zeitalter. Auf die möchte ich nochmal ein bisschen näher eingehen, denn tatsächlich ist es für Leute, die auf Angriffskraft Wert legen, das beste Gebäude, was ihr in diesem Event bekommen könnt. Die Bühne der Zeitalter muss nicht ausgebaut werden, das heißt, ihr könnt direkt dieses neue Hauptgebäude als Tagespreis bekommen. Ich habe das insgesamt dreimal im Event, zweimal regulär und einmal nach dem Druck auf dem Knopf, um mir einen Alternativpreis auszugeben. Es bietet insgesamt im höchsten Zeitalter 19% auf die angreifende Armee und damit mehr als andere Tagespreise, die ihr im Event ergattern könnt, auf gleicher Fläche euch bieten würden. Andere Tagespreise mit Angriffskraft der angreifenden Armee sind beispielsweise die Pagode, die ihr allerdings erst auf eine gewisse Stufe leveln müsstet, sowie das königliche Mahnmordtor oder die botanische Rotunde. Wenn ihr mehr Wert auf Forgepunkte legt, dann empfiehlt sich allerdings auch ein Blick in die restlichen Preise, denn hier würde wahrscheinlich die Hanami-Brücke oder die Suishu-Mühle der bessere Preis für euch sein. Allerdings müsst ihr diese auch erst auf ein gewisses Level bringen, um dort wirklich viele Forgepunkte herauszuholen. Mein Tipp auf jeden Fall die Stage of Ages, die Bühne der Zeitalter. Mein Fazit zum Hauptgebäude ist, dass ich es voll ausgebaut konnte und auch relativ bequem in diesem Event schaffen konnte. Allerdings benötigte ich dazu die Überraschungskiste aus dem Event davor. Um euch möglichst viele Tagespreise zu sichern und vielleicht auch den Hauptpreis ohne die Überraschungskiste zu sammeln, wollte ich euch ein paar zusätzliche Tipps geben, wie ihr an die neue Eventwährung das Papiergeld kommt. Neben dem Erfüllen der Quests, um an das Papiergeld zu kommen, habt ihr auch dieses Mal die Möglichkeit, Papiergeld zusätzlich in Ereignissen rund um eure Stadt zu finden. Diese Ereignisse sind in diesem Event relativ auffällig, da es sich um diese Geschenkboxen handelt. Dies hat allerdings auch einen kleinen Nachteil, denn ihr könnt euch keine Ereignisse aufsparen, um dort nach dem Start des Events zusätzliche Eventwährungen abzuholen, denn diese Kisten werden erst mit dem Eventstart in der Umgebung eurer Stadt platziert. Eine dritte Möglichkeit, an zusätzliches Papiergeld zu kommen, ist euer Tagesziel täglich zu erreichen. Das Tagesziel ist auf dem Spielbrett mit diesem kleinen Figürchen mit dem blauen Fähnchen symbolisiert und es ist meistens nicht weit weg von eurer Spielfigur, sodass ihr es mit wenigen Würfen erreichen könnt. Es empfiehlt sich also jeden Tag ein paar Würfe zu machen, um das Tagesziel zu erreichen und euch mit Abschluss des Tagesziel eine Chance von 40% auf zusätzliche 100 Papiergeld zu sichern. Denkt viertens auch daran, in die offizielle E-Mail zur Ankündigung zum Event zu schauen, denn auch dort werdet ihr wieder mit etwas Papiergeld belohnt werden. Falls ihr am Ende des Events noch goldene Würfel übrig habt, empfiehlt es sich zudem auch Ausschau zu halten, ob ihr ein weiteres Mal auf dieses Feld hier oben rechts kommen könnt, denn ihr findet hier immer wieder 125 zusätzliche Papiergeld, die euch noch ein weiteres Mal würfeln erlauben würden. Zuletzt noch ein Tipp zum goldenen Würfel. Wenn ihr ein bestimmtes Spielfeld anvisiert, dann braucht ihr euren Würfel eigentlich nicht einsetzen, wenn es noch sechs Felder entfernt ist. Nutzt dazu zuerst euren normalen Würfel und schaut, ob ihr vielleicht damit schon die sechs erwürfelt und wenn dies nicht der Fall sein sollte, nutzt euren goldenen Würfel einfach nur, um den Rest aufzufüllen und dann das anvisierte Feld zu erreichen. Das soll es wieder gewesen sein mit diesem Video, mit den Tipps zum Eventstart. Ich habe zudem noch ein ausführliches Streaming gemacht, wo ich mir das Event näher angeschaut habe und auch auf Fragen von Zuschauern eingegangen bin und außerdem auch einen kleinen Rückblick gewagt habe in das erste und fünfte Geburtstagsevent und mir dort die verschiedenen Preise angesehen habe. Wenn ihr mehr über diese Events erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal rein. Das Video habe ich euch in der Beschreibung unterhalb des Videos verlinkt. Nun hoffe ich, für euch waren ein paar nützliche Tipps dabei. Wenn das der Fall war, dann gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und sonst freue ich mich natürlich über ein Abonnement, wenn ihr auch keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!